Hast du dir schon mal überlegt, wo es überall Wasser gibt und für wie viele verschiedene Dinge Wasser eigentlich notwendig oder nützlich ist? Und wie es wäre, wenn Wasser nicht selbstverständlich aus dem Wasserhahn sprudeln würde? Es ist sehr spannend, sich in der eigenen Umgebung umzusehen und die Flussgemeinschaft zu erforschen. Wer lebt in eurer Flussgemeinschaft? Entdecke, wie Wasser mit den Pflanzen, Tieren und Menschen verbunden ist, wie Wasser unsere Umwelt und Gesundheit beeinflusst und was der Mensch, der Klimawandel und die Wirtschaft damit zu tun haben. Check mit uns, wie groß dein Wasserfußabdruck ist. Komm, forsch mit! Wirst du deine Erfahrungen und Geschichten erzählen und dich mit Jugendlichen aus anderen Ländern über ihre Erlebnisse austauschen? Dann gib den Menschen, Tieren, Pflanzen und dem Wasser selbst eine Stimme und tauch ein in den Aquamuck. Tieren, Pflanzen, Tieren, 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 Tieren Bis zum nächsten Mal.